Guten Morgen, liebe Zuschauer zu dem Halloween Special 2020. Bevor ich mit dem Making-of starte, möchte ich euch noch kurz etwas verraten. Und zwar habe ich eine kleine Überraschung für euch. Ich habe letztens für euch extra einen HD-Skin gemacht, und zwar eine Halloween-Edition. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Free-Download. So sieht das Ganze dann aus. Mir gefällt es sehr gut, ihr könnt ihn gerne benutzen. Es würde mich freuen, wenn ihr damit spielen würdet. Und jetzt zum eigentlichen Video. Denn auch ich habe bei dem Halloween Special von Swarco mitgeholfen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Outtakes oder Making-of. Wie ihr es auch immer haben wollt. Viel Spaß. Essen. Nein. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Gib mir was ab. Dammit, den kriegen wir. Dammit. Nein, das kriege ich. Und warum leuchten deine Augen? Mann, Swarco, der tötet mich immer. Ich hätte jetzt Ersatz, ne? Wir fangen jetzt an. Kommt jetzt her. Wie soll ich Essen kriegen, wenn Mac ist mich immer tötet? Ich bin Mac ist Mitarbeiter. Danke. Ich bin Mac ist Mitarbeiter. Danke schön. Oh Gott, stick your world. Ui. Komm mir in die Hose, Alter. Okay. Schuss. Schuss. Gut. Wadi, du bist da dann raus. Ich will jetzt. Nein. Du bist dazu. Nein. Dann komm her. In drei. Ja, ich kann nicht kommen. Du musst so weit weg. Tippe mich. Eins. Gut. Wadi, wünschst du noch einen schönen Abend? Jo, dir auch. User was moved down. Gut, stellt euch mal neben mich einfach, bitte. Also, ich geh nochmal kurz alles durch. Warte, ihr könnt ja alle lesen. Warum ist hinter dem gerissen ein Fragezeichen? Dann mal. Und drei, zwei, eins. Alter, das war eine schwitzige Runde. Puh. Darauf erst mal Monster Energy. Dann mach ich dann Monster Energy auf. Dann muss ich kurz warten. Darf ich? Nö. Junge, aber das war richtig knapp. Aber zusammen wäre es mal wieder gerissen. Begles? Achso. Äh. Äh, warte. Achso. Äh. Ich hatte Angst, dass wir verlieren. Spieler 4, das bist wie mein Studer-Mod. Äh. 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 Wie soll ich lesen? Ich brauch meine Brille. Wie man muss lesen können, um zu lesen? Habt ihr denn immer schon gesehen? Ja. Yo, yo. Yo, yo. Okay. Komm mal mit. Let's go. Und jetzt gehen wir alle so hier rein. Da ist denn der Übergang. Aber wir müssen runterspringen. Und los. Nein, nein, nein. Halt. Ich bin trapt. Ich bin gar nicht runter. Ich sprung mir ab. Schöner Übergang zur Nacht im Wald. Walli. Guck. Nicht schlagen. Nein, du Arsch. Ach, Mann. Ich war das nicht. Nicht schlagen, hallo. Nicht schlagen. Das ist ein Schand. Ich weiß, was ist noch genau dran. Gut, und jetzt geht es weiter mit dem Dialog quasi. Warum hat der eigentlich unser Bett gekriegt? Lacko, du bist dran. Weil unser Base, weil unser Base- der wieder mal gepennt hat. Ich hab' die Faske. Boom, und jetzt kommt die Creep-Explosion dahin. Wow. Wir sind jetzt hier. Meckler, stell mich in mich rein. Warte, stell dich in mich rein. Nein, in mich rein. Äh, Pussy. Jetzt gucken wir alle nach da hinten. Boah, was war's. Jetzt gucken wir uns dann wieder an. Und dann sag ich, what the fuck, was war das? Äh, achso, ich muss lesen. Das war, das war eine fette, das war eine fette Explosion. Explosion, sag Explosion. Explosion. Wir müssen schnell alle weg und dann rennen wir nach hier hinten. Und bridgen uns dann so weg. Ich müsste danach noch einen Autoklicker holen. Äh, dann sag ich, oh nein, Dr. Eckig. Oh nein. Dr. Dreckig. Oh nein, Dave hat es nicht geschafft. Wir müssen schnell zurück. Genau, du kommst dann mit hinter mir. Und sag ich, oh fuck, wir sind zu spät. Da liegt eine zweite Rose. Und dann rennen wir beide in diese Richtung. Das ist ein Synchron. Richtig Synchron. Ein Eisengolem. Ne, warte. Gut, gut. Oh, da muss es doch nicht. Stop, stop. Ja, wahrscheinlich war ich. Dann nicht bewegen. Wird hinter uns ein Eisengolem spawnen. Dann sag ich wieder, let's go, dann rennen wir wieder. Dann sag ich wieder, stop. Und dann wird der Eisengolem näher hinter uns spawnen. Und dann rennen wir hier durch. Und die Kamera ist dann hier quasi, wo ich jetzt stehe. Wird ihr uns da filmen? So. 3, 2, 1, das müsst ihr. Kommt, kommt mit. Ja, hey, hallo. Voll cool. Ja, hey, hallo. Ich kann auch laufen hier. Nicht schlagen, hallo. Nicht schlagen. Mann, jung, man boxen mich. Das ist so kack aus der Auflau. Und dann nochmal von Anfang an. Jetzt müssen wir noch die Audio aufnehmen. Passt bei allen? Ja. Alter, das war eine schwitzige Runde. Puh, darauf erstmal Monster Energy. Und in Swakus' Aufnahme war da ein bisschen mein Ton verbuggt. Ich hatte Angst, dass wir verlieren. Du hättest sterben können. Das war unfair. Ist zwar schade, aber irgendwie haben wir nämlich ganze Zeit so im Discord gehört. Keine Ahnung, was das war. Oh, ich meine TS. Vielleicht lag es auch daran. Ich mag by the way TS nicht. Und leider war ich auch vom gesamten Bild nicht ganz so happy, wie ich es eigentlich gedacht hätte. An den einen oder anderen Stellen hätte ich mir was besser vorgestellt. Aber ich weiß selber, wie das ist. Das ist echt nicht einfach. Naja, mein Rollenspiel letztes Jahr im Halloween Special war auch nicht besser. Aber so ist es halt. Ich hoffe, euch hat das verspätete Video gefallen. Die nächsten Videos werden auf jeden Fall sehr spannend. Und zwar, das werden die Adventsvideos. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Und ja, mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen als... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr ja dann seid auch so schlau und mach hinlaufen. Ciao. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.